Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Immer mehr stressgelagte Menschen entdecken die Vorteile des Wanderns. Herz, Muskeln und Lungen werden trainiert und die erste Wanderung bringt einem die Schönheiten der Natur so richtig vor Augen. Grob hat auch zu diesem Thema eine Fitt-und-Munterbroschüre herausgebracht, die unter anderem Informationen über die zweckmässige Ausrüstung enthalten und auf was man muss beim Packen schauen. Man kann sich informieren über das Kartenlesen ohne Kompass und man sieht, was für Wetter die Wolken ankündet. Was für Pflanzen man nicht pflücken darf, all das steht in dieser Fitt-und-Munterbroschüre. Wichtig beim Wandern ist natürlich auch das Essen. Alles, was man braucht für einen Rucksack, für eine zünftige Zune oder für eine stärkende Zwischenverpflegung, finden Sie bei Grob. Morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Grob La Vallée-Trauben, das Kilo nur 1,80. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Grob jede Taube Zahnpaste 50 Kg günstiger. 2 Liter UP Vollmilch oder Milchtrink 30 Kg günstiger. Geräuchte Magerspeck Wackverpackt 100 Kg nur 90 Kg. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017